Ja, jetzt kommt wieder so ein Depp mit so einem Doppeldecker und sammelt die ein. Ich hab hier voll den Endstress, ey, und du kommst mir mit so einer Scheiße. Wenn du vergisst, diese Flächenstreben abzumachen, und willst dann die Flächen abziehen, und wunderst dich, dass die nicht abgeht, und robbst wie ein Wilder drauf. Ja, dann ist das, ich muss alles im Flieger haben. Deswegen hab ich auch die Schreben, hab ich mir mal da hingemacht, wo ich die rein knipsen kann. Ja, jetzt kommt wieder so ein Depp mit so einem Doppeldecker und sammelt die ein. Ich hab hier voll den Endstress, ey, und du kommst mir mit so einer Scheiße. Ja, jetzt kommt wieder so ein Depp mit so einem Doppeldecker. Ein Pause Ein Pause Das war's für mich. 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 Das war's für mich.